Sehr gut war die Golfwoche. So schön, dass wir nächstes Jahr wiederkommen. Die Kaiserhof-Golfwoche, die mittlerweile ja schon zur Tradition geworden ist, gibt uns als Gastgeber die Möglichkeit, uns bei unseren golfbegeisterten Gästen zu bedanken für ihre Treue zu unserem Haus. Und in dieser Woche organisieren wir drei wahnsinnig tolle Turniere, bei denen der Golfsport einerseits und andererseits auch der Gourmetfaktor nicht zu kurz kommen soll. Wir freuen uns immer jedes Jahr auf diese Woche und hoffen, nächstes Jahr sind auch Sie mit dabei. Das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Super schön. Danke. Heute haben wir eine Erdäpfelsuppe, dann haben wir Eierschwammerl-Ragout mit Semmelnknödel, Blattspinat mit Streitlingsfilet. Dann haben wir ein Dessert-Dopfenstrudel mit Vanillesoße, ein Herberger Spaccio und einen Espresso. Wenn die Flags pünktlich kommen, versuchen wir es, dass wir es ganz frisch machen. Ja. Danke. Danke. Untertitelung. BR 2018 Ich fand es phänomenal, wie das Wetter jedes Mal dann, wenn wir Turnier hatten, sich völlig um 180 Grad gedreht hat und schön wurde. Danke für die Woche. Die Turniersiegerin bei den Damen mit 27 brutto, ein Turnier war sensationell, über das andere sprechen wir nicht, ist die Caroline Bachmann. Alles Gute! Applaus 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 Applaus